In 300 Metern links der Straße folgen, in die Dorfstraße. Jetzt links der Straße folgen, Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. 4,9 Kilometer der Straße folgen. 4,9 Kilometer der Straße folgen, Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. 4,9 Kilometer der Straße folgen, Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. 4,9 Kilometer der Straße folgen.